du möchtest oder einer gleichzeitig rausstellen die es sagt einfach doch wir sind jetzt oder wir sind jetzt online m wer die so und dann kommt kommen wir doch mal rein ich bin auf meinem kanal ja also inari meinte ich kann dann mit meinen einstellungen auf meinem kanal stream und das wird automatisch auf den f2p kanal weiter gehostet ob das ob das ob sie das wirklich hinbekommen hat also ich kann es nicht sagen sie hat gemeint ist es funzt wenn es funzt funzt wenn es nicht funzt funzt halt nicht wer ist dieser horst und warum kenne ich nicht ich muss gestehen ich habe das spiel noch nicht gespielt ich weiß auch noch nicht ich weiß noch nicht wie man wie man den schlägern zu benutzt also nur die maus ist man spielt das wirklich nur mit maus war cool dann kann ich mir ja in der restlichen zeit mit dem anderen finger in der bohren nein muss ich noch irgendwas muss ich noch irgendwas einstellen du kannst dein fall doch krafte beißen dafür müsste aus der lobby raus genau nee dann mache ich das nicht kannst du nach der runde eben auch mal nach jeder runde die lobby zu ist bis die neue katte geladen ist okay so herr tiger sind sie fertig ich bin bereit ja ihr habt auch alle bereit ja war nicht ja ich hab nur schnell noch mal im infokanal noch mal eine ankündigung gemacht und du bist nicht mehr bereit warum auch immer oh ich habe auch die falsche taste gedrückt und wie schlage ich habe ich auch was haben wir für riesen kann man das auch noch aber kann das auch noch rausholen wie schön ich wollte gerade sagen diese fehlenden kräfte in mir du musst mehr haferflocken essen ich hab jetzt kopf das lümmel lümmel mit rein nimmt in der tasche so was gibt es nicht nein das wäre jetzt einfach jeder für sich alleine jeder ist mir selbst der nächste also irgendwie will das heute noch nicht so richtig ich bin aus der map gefallen läuft bei dir garbage copy upload da da ich folge ich folge ich folge dem ich folge dem roten hier einfach lün folgen ok ich kann nicht mehr folgen ich folgte mit dem mit dem mit dem plus oder malzeichen wer von euch drei das hat mich gerade hier vom loch weggezogen ach kann man das noch kann man das noch außerhalb wenn man nicht mehr im spiel ist nein oh nein das war zu weit ich bin auf einem hier hat diesen blöden hebel gezogen deswegen ging die eigene falle los nein zu kurz nein zu lang das gibt es doch gar nicht jetzt aber und wie komme ich da jetzt rein ah das sind löcher ich habe löcher gefunden und neuen doch wo bin jetzt ich habe zu wenig kraft wo muss ich dahin schießen ach so wie komme ich jetzt in die kanone einfach an die kanone rand nutzen ja das ja hallo mein guter vorsprung dahin ist dahin ist das problem nicht ich schon hatte mal ich war doch schon richtig nee du musst dahinter dadurch den nebel die pfeile sind zu unauffällig und nein der ist verhungert darf ich einer anstumpen nein du musst den hebel erst mal drücken die das selbst wenn du nacht selbst wenn du nach schocki schmeckt ich entschuldige mich vielmals für unangebrachte akustische signale von meinen mitspielern ich kann da sich beeinflussen denn sie wissen nicht was sie tun das stimmt allerdings ja wir machen dumme sachen zu dummen zeiten vollgepackt mit dummen sachen die das leben schöner machen hinein ins ein albatros aber wo willst du denn hin kommt einer war geflogen setzt sich nie da ich weiß gar nicht wo dahin will du musst da die rampe nehmen nutzt die rampe jetzt verstehe ich ähm anstapp mr grün was du und du und dieses holz ihr seid keine freunde und noch mal noch einmal ich bleib nie ich bleib nie ich bin dasselbe holz noch mal oder hat bist aber durchgeglitscht mr blau achap um einstellen um da auch da brennt ein da brennt einer soll auch wenn das sind sei wie das holz das problem ist er holt er nicht aus mein in den Waffen nicht gut auch noch ein bisschen zu ja ich bin ich nicht gesehen verarscht das gibt es doch gar nicht dann schlag doch erstmal ein stückchen von der wand weg damit es geht das problem ist er holt das gescheit aus vielleicht solltest du nicht hosten vielleicht reicht die rechenleistung nicht die reicht schon ich mach nur gerade irgendwas komplett falsch mit meiner maus anstellung das hatte ich manchmal auch ich sollte einfach die maus anstellung ändern auf auf langsam nein ich habe eben gerade die einstellung ja die mauer einstellung das sind das sind die das alle einstellungen die katzen machen sind mauer einstellung optische mauer einstellung du schaffst du schaffst du ja so nicht habe ich habe ich das ist die rache der mäuse grad er wollte noch mal die am ongass mit spielen ist das die am ongass map nein da wollte ich nicht hin da wollte ich nicht hin ich will einen anderen weg okay erst bewegte sich die maus nicht dann bewegte sie sich mit voller kraft voraus das ist das problem wo will ich hin ich weiß noch ach durch das loch okay dann fahre ich erst mal langsam immer in das loch da wo janik und ich sind ihr seid da schon durch ja ihr alten bescheißer ihr doch doch vielleicht zwei fallen lassen ja aber er hat doch er hat doch immer noch zwei schläge weniger als ich also dass das ich weiß nicht wo wir hin wollen wo wollen wir hin wenn wir darunter ich will in dieses loch ich will wissen was da passiert das ist keine gute idee jetzt habe ich war schon ausgeholt kann ich denn irgendwie revidieren den schlag das war eine gute idee da rein zu gehen ist doch kein problem boogie ihr schlag da so rüber ich habe das loch genutzt ist viel einfacher gewesen es teleportiert einen rüber jetzt mal ungelogen du kommst aus dieser abflussrohr wieder raus ja nutzt das loch nutze das loch nutze die kraft nutze das loch und jetzt hier ist das loch wird mit dir sein ich habe ein loch gewonnen du hast ein loch gewonnen dann musst du es zunehmen so wir wollen darüber einmal zu stark einmal zu schwach ist das fischermanns golf da ist noch ein loch ich habe noch ein loch gefunden wo ist noch ein wein der ist ein fuchs wir sind oh danke oh nein nein ja und du du dummes ich habe mich da ausgebremst ich wollte gerade sagen egal ich mache ihn jetzt zur katze du malst mich zur katze ich mache dich zur katze nee guck mal katzen sind unheimlich schwach guck dir ausschläge an die kommen kaum an ich möchte sowas so ein schwaches geschöpft nicht sein er pustet hier im nebeneffekt ich bin wieder erster da bin ich froh drüber ja ausnahmen bestätigen die recht nein sehr gut also ganz 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 liebe würde einer dieser vier buben die auf diesem grashügel stehen würden jetzt sagen auch sei wieder bald rund das läuft heute irgendwie nicht ist das letzte mal besser gelaufen nein wo will ich hin da unten ist noch mehr strecke siehst du hast du wieder ein loch gefunden ja ich habe auch ein oh nein gehst du da weg lasst mich ja in ruhe nein zu viel zu weit zu groß kurz du stehst in meinem weg ich will da durch ich möchte da auch ich warte einfach hier hinten ja jetzt super jetzt kann ich aber nur an die kannte schießen so wie du mich gespielt hast da will ich aufgeholt lauf ich bin auf der kiste geh im andersrum ich geh aufm rum ja das sehe ich auch so der weg ist ja noch länger ah 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 nein diese fehlenden kräfte in mir und dann und dann trifft er und dann trifft er diese fehlenden kräfte sagt er und dann trifft er ja klar au wir teilen uns glaube ich den letzten platz ja ne da musst du noch ein paar punkte gut machen ich wollte gerade sagen also aber wenn du so weiter machst dann kommst du doch auf mich ran ja denn sie wissen nicht was sie tun und diese und diese und diese maps gibt es gratis oder was ja irgendwelche irgendwelche verrückten leute haben diese maps sich ausgedacht ach siehst du beim mingern ist die post auch angekommen ja ja okay dann ich habe gestern noch wieder abgegeben hat sie mein game geholt hat ja sag mal wie was kommt denn da hinten oder kommt oh 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 und dann noch die gestanden angerufen habe ist dann neu spiel gelandet deswegen ging das ziemlich äh ok echt jetzt ja ich habe mich einer anstoßen danke jetzt wirklich ihr schweine jetzt ist es wieder zu danke was es könnt ihr doch nicht tun scheinbar ja schon aber au ich habe heute schon die maske getragen das sitzt sehr gut ja hab ich schon öfters gut ist schon wieder gestorben ist schon wieder tot nein ist noch keiner tot ich habe jetzt nein bleib offen bleib offen aber wir sind gerade dabei herauszuwinden wer der imposte ist ey es steht gerade zwischen au und hün apropos au ja wäre das mal eine event sache so mini golf suiten ja war schon mal in planung dann kam corona das war für 2020 immer dabei genau ja da kam diese böse corona keiner wollte sie genau das war für 2020 echt angedacht activate the green electrical irgendwas ne activate the blue electrical field ah hör auf mich an hör auf mich anzuschießen nein hi ich weiß oh ja 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 rein rein rhein rein rein geh auf jetzt wirklich rein rein rassikerball und ras irgendwo rein spiel das halt so ähh bunt es geht ihm bestimmt bunt warum nicht traurig 222 bremsen ich bin stark ich bin auch gerade verwirrt ab und zu bist du auch stark bei hart hätte man jetzt kommt das jetzt 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 und 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 verhungert einfach aus jetzt geht meine maus nicht mehr hallo ich möchte gern schlagen ich kann nicht mehr schlagen jetzt kann ich wieder schlagen auf einmal wollte sie nicht schlagen aber ich meine güte kann man da hochfliegen jannik du musst nur in das loch ein genauso ich bin drin fünf schläge übrigens genauso wie du nein eigentlich nicht in der zeit könnte mein cocktail mixen bist du da drin bist das geht runter es geht abwärts ich überhole euch alle wer war das und wenn ja wie viele gern geschehen leute äh könntet ihr jetzt aufhören mich zu schnicken das ist der sinn des spiels ich mag diesen sinn nicht nein nein das war ein bisschen zu weit nein der rollt doch wieder daneben ja wo ist das loch wo ist das loch na da hinten ist das loch jetzt ist der grüne vollpfosten der grüne vollpfosten hat mich noch reingeschossen danke jetzt werden wir haben sich mit meiner laufbahn abgebracht ja meg was das merke ich mir ähm warte mal das war das war geil also ich hab das zwar ich hab's zwar jetzt nicht richtig gemacht aber ich bin drin ach wie geil ist das einfach mal über die über die absperrung geschossen obwohl man da gar nicht lang dort sollte ja meg was denn ich sehe nichts mehr ja du hast mich gerade rausgekickt juhu das ist doch schön das ist doch genauso wie du das willst da fällt einer lass dir Zeit ja nicht lass dir viel Zeit wow und gewinnt man dann diese diese ganzen gimmicks im laufe des spiels oder was ja das ganze mit dem feuer genau ich hab ich hab noch keinen Hut auf ich muss noch einen Hut aufsetzen äh dafür musst du Prämien im Account haben auch noch ich hab zwei Hüse und konntest du nicht auswählen bei leute ein Hut und ein Käse stück du bist der Hut Käse Kuchen nein doch geh rein geh rein geh 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 ja ein Stock meine Güte ja oder du hast mich raus gehauen das wäre auch möglich ja genau no risk no fun vielleicht wäre ich nicht gewinnt nein ich bin schon dabei wieder die führung auf zwei einzuholen hier ja leider 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 du liegst auf wo muss man hin wo will ich wo will ich hin ich verstehe noch nicht ganz das prinzip was muss man tun das netz was da unten steht einfach nur das netz ok das ist ja das ist ja einfach ich habe jetzt gedacht vielleicht bei dem bei dem roboter zwischen den füßen durch oder so aber jetzt wirklich ist nicht ernst dort mal auf 1 23 ich habe verstanden du hast verstanden ja ich bin eis hin und her aber du musst einfach nur in die rein und dann geht es zu 2 ich sehe die gerade ausgedacht ja ich hab's kopiert verstehe ich nicht auf zwei ich komme ach so musst du den anderen immer antworten oder was nein musst du nicht muss nur in die richtige farbe rein aber die stimmt ja ist echt lustig ich blick ich gar nicht nicht okay habe ich ja lehnen bei den anderen fässern hast du welches 1 ist welches 2 ist und welches 3 ist auch nee oder und die zweite task ist kistenschieben ich komme aber nicht rein ja aber ich komme auch nicht weiter ja du musst erst eins machen dann öffnet sich ach ok ok 2 ist offen ich sehe es ok und jetzt muss man was du nicht richtig drin und was muss ich jetzt und was muss ich jetzt pushen da ist das red ist ist 3 player player 1 aber den kann ich nicht pushen aha ich weiß wer im poster ist ich verstehe es nicht duplicate ja ich will den gerne schubsen aber ich kann ja nicht schubsen du weißt wer im poster ist okay du weißt wer ein posten ist was ist map 2 ich verstehe es nicht so ganz zusammen schieben ja ich will ja aber aber die eine will sich nicht schieben lassen bei der katze ist nun oh herrgott okay ist das verrückt da ist ein loch vor der katze was ist im loch vor der katze drin ich habe keine ahnung eine weitere eine weitere eine weitere katze wie soll ich die box zusammenschieben da sind schilder an den seiten ja du musst gucken du musst gucken nicht an aber nicht alle haben push das rechte loch ja genau das rechte loch an der katze ist und andere ja das ist ja so ein abgeluswert das ist ja so ein loch ok ich will da rein und wenn du die fahre nimmst dann bist du quasi falsch genau auch für die anderen zwei spielen das loch bei der fahne ist ein fake du musst das loch was in so einem trichter ist nehmen dann ernsthaft jetzt stecke ich fest unter dieser rampe ernsthaft gesteckt unter der rampe press die ane key das macht aber habt ihr die kisten bei uns sehen die kisten fertig aus das problem der ist richtig ja bin ich auch gerade aber denkt dran nicht das fahne noch nehmen einfach auf es also rückwärts ich hätte da fest bin schon alt r4 habe ich gehört soll helfen alt r4 und wo muss was muss ich jetzt hast drei machen einfach nur hoch und dann das richtige loch nehmen ja sagen wir verbleiben wählt das richtige loch das bei der bei der dings ist das falsche das bei der katze wir sind alle erst mal das mit der fahre da hast du doch vor dem weg noch mal laufen und jetzt dürfte den weg noch mal laufen und jetzt schaffen das zeitlich nicht mehr die armen leute wir haben nur das spiel verstanden aber wir haben hole ich habe die ukrainische fahne ich habe aus epic red hat ja und player 1 und player 3 sind imposter ich bin mir nicht sicher ob ich die end of friendships weg spielen will ja doch auch so dann warten wir mal auf die nächste runde mal also aber habe ich auch ohne im